Von mir läuft so alte Mass Effect Musik aus dem ersten Teil. Das ist übrigens so eine kleine Anspielung. Ich habe Mass Effect 1 in die Waffe hinten die Fresse gehalten, aber es liegt auch mit daran, dass es egal ist, ob ihr es getan habt. Es gibt einen Bug im Mass Effect 1, dass im Prinzip sowohl die, ich habe es schon mal erklärt, dass die Renegade und die Paragon Aktion beide geflaggt werden. Und in dem Fall denkt das Spiel halt, dass man die Renegade Aktion genommen hat. Haben sie das Medi-Geld vergiftet? Nein, Cerberus hat mir nur gefragt, dass die Leute neben der Medi-Geldung geflaggt haben. Was war sabotiert, während du alle geflaggt hast? Oh, oh, warte, 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 warte. Nein. Oh, ich werde mit dem, aber nicht tun, dass ich nichts tun kann. Okay, aber ich könnte dich helfen mit dem, was du jetzt machst, was nicht Cerberus ist. Conrad, ich habe einen Prothian-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark. Ja, in fact, ich kann mich ein paar alte Texte-Schematik-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark-Energie-Dark. Hang on, ich habe ein alten Kontakt. Ah, komm, Hassel, hilf mir aus. Sorry, die Krieg hat ihn Angst. Well, danke für mich. Hier, at least, lass mich dir meine Dissertation. Vielleicht kann es ein bisschen helfen. Anyway, good luck fixin' the Medi-Gel-Dispensers. I'll just be here, not touching anything. Tragen die Leute in dieser Zeit ihre Dissertation grundsätzlich überall mit sich rum? Sind davon... Hat der irgendwas an den Händen? Hat der die Hände verbrannt? Das sah gerade so ein bisschen so aus. Aber dafür, dass Conrad Werner so ein extremer Shepard-Fanboy ist, hat er echt keine Ahnung, was gerade abgeht, ne? So, du starrst ein bisschen die Wand an. So, was sind denn hier noch Medi-Gel-Spender? Da ist noch einer. I fixed the sabotage. The Medi-Gel-Dispensers should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. Great work, Shepard. And listen, I'm sorry for... Hey, that's him. That's my Cerberus contact. Hey! Hey, you! You're under arrest. Shepard. Shepard. Did I help? Yeah, Conrad. You helped. I don't even feel anything. Actually, I sabotaged his gun. It might have looked like it fired, but that was just the thermal clip overheating. Hi, Commander. It's me, Jenna. You helped me a few years ago when I was working undercover at Korra's Den. And now you're volunteering here. Right. Chelik showed me a few little tricks when he had me working undercover. I guess that paid off. I guess that paid off, huh? You... You saved my life. I can't believe you were willing to lay down your life for Commander Shepard. You're so brave. Oh, the Commander and I go way back. Let me give you a hand, and I can tell you about it. Das ist jetzt auch eine Sache. Damit ist das auch gelöst. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich im Master Effect 1 unbedingt diese Nebenquests gemacht habe. Wo ich sonst fast keine Nebenquests gemacht habe im Master Effect 1. Aber die musste sein. Wenn man sie nicht macht, dann geht die Waffe halt wirklich los. Und dann stirbt Conrad Werner. Auch wenn manche das wahrscheinlich nicht schlimm fänden. So, hier ist irgendwo Tali noch. Und dann könnten wir ja auch mal langsam wieder die Settile verlassen. Ne, warte, Vera ist bei der 6. Und Tali ist bei der 4. Warte, sind... Sind das Tauben? Was sind das für Tauben? Das interessiert mich jetzt. Wo ist denn... Hä? Bin ich jetzt doof? Ich dachte, da oben ist Tali. Da oben ist Tali. Ja, die Leute in Zakara auch gemacht haben. Sie sind sicherlich. Keine Kasselungen. Schönes Arbeit. Aha, toll. Ich verstehe einfach nicht, warum du plötzlich so konfliktet bist. Natürlich. Wir können Schäden in der Kolonie in 36 Stunden haben. Du brauchst Medikamente Unterstützung? Nein. Die Kolonie evakuieren ist mehr als genug. Danke, Ambassador. Ambassador? Ich koordiniere die Aktionen für die Fliege, während wir hier sind. Evakuieren die Kolonie, die Taurian-Defense-Line-Line-Defense-Line. Huh. Ich denke, es war hier. 3 Jahre vor dem Tag. Was? Das war das, was Saren's assassins fired at me. Ich habe gerade in der Citadel. Ich glaube, ich hatte meine Barrieren. Das war mein Fehler. Du hast mir nie gesagt, was das? Wie schlecht war es? Das hat mich in den Arm. Ich benutze Polonium-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line. Das war das erste Mal, ich habe wirklich verletzt in meinem Pilgrimage. Ich habe mich in dieInstanzel-Line-Line-Line-Line-Line مسer Tochter. hatte meine Tasche und die Daten für die Schwinden. Das Taurian-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line. Die Taurian-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line-Line. Er hat nur gemacht. Das war er dort. Ich glaube, er erinnert mich nicht. Und du hast ihn in spite of das? Diese Krieg ist zu groß für alte Grudges. Du hast mir das gezeigt. Wir sind mit den Gath. Ich kann nicht mehr Zeit auf einen Turian, der mich angry macht. Besides, es hat alles funktioniert. Ich habe es in den Wurzeln. Du hast mich gefunden. Glückwunsch. Und jetzt die Turians werden die Hilfe desperrally brauchen. Ja, ich weiß. Shepard ist Space Jesus. Der wird uns alle erlösen. Die Alien-Force. Hilten wird zurückgezogen. Es ist eine Frage. Das ist eine Frage. Die Luftwaffe ist in der Militär-Plane. Die Luftwaffe ist in der Militär-Plane. Sie sind in der Militär-Plane. Sie sind in der Militär-Plane. So, viel ist das nicht, aber zwei Nebenmissionen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Ach, warte. Was, was ich an den Namen an die City, der angedockt war, dass mein Schiff aufgetankt wurde, weil irgendwie... Ich hab keine Ahnung. 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 Ähm... Funktioniert das mit Strahlung? Ich bin mir ziemlich sicher... Ich weiß, ich bin auch sicher, aber ich bin nicht mehr nicht. Deswegen, ja. Wird das mit Strahlung funktionieren? Obwohl... Doch. Weihnacht Tschernobyl ja auch. Was ist hier oben? Die sind einfach weg. Worüber sie hingegangen sind, wobei sie ja überall hinkonnten. Ich sehe die Reaktor 2-tanks. Die sind einfach weg. 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 Die Reaktivation kann weitergehen. Die sind einfach weg. Riley, Sie sind in position? Affirmative. Ich erwarte deine Worten. Initiating restart. Commander, Captain. I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! In progress. Round 2. Here we go. They're coming in from above! They're coming in from above! They're coming in! Na komm runter Commander, we're being overrun Position indefensible We're not gonna make it Hold tight, one of my people is coming Roger that Karras, I'm counting on you On my way Okay, da ist jetzt noch niemand, aber Mann Mach doch Und jetzt sind's auf einmal da Warum steht hier da und sagt nix Commander, you saved our asses Report, it says she and her team wouldn't have made it without you I'm glad I could help Dazu habt ihr auch nichts zu sagen Obwohl, warte Vielleicht hat das noch irgendwas getriggert Nein, ich gucke nur, wie es dir geht Aber wenn das ein Problem ist, kann ich auch einfach gehen Hm Signal confirmed. Yay. Vielleicht ist das hier ja spannender. Ui, toll. Bei Warte. Ui, toll. Ui, toll. Ui, toll.